ja hallo willkommen mein name ist dann die welt und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom hearts final mix in der letzten folge standen wir schon vor dem finalen boss und jetzt stehen wir hier vor der arena ja ich habe gesagt wir machen die arena noch vor dem letzten kampf um den letzten kampf ein bisschen zu beschleunigen weil es lang ist verdammt aufs krim hat sich so ein zwei dazu etwas getan und zwar habe ich zwei level dazu bekommen die meiste zeit war glaube ich nur abwehrkraft die ich bekommen habe und ich glaube so rad charmeur gelernt und donald hat einmal jackpot gelernt also nichts besonderes ich habe versucht hier ein paar gegenstände zu farmen also tropfen spittern also was um das schmieden ein bisschen so voranzutreiben hat sich auch ein bisschen gelohnt aber immer noch nur 67 sachen die ich herstellen muss also ja und ich hoffe das geht dann ein bisschen schneller nachdem wir ja ein paar level im letzten cup bekommen haben und zwar den hannes cup und der hat sie in sich zu dritt platz 49 ja das hat mal gucken sollte man vielleicht gucken ausrüstungsmäßig jetzt glaube ich nichts geändert obwohl doch das mokrapp zeichen habe hergestellt und donald gegeben und kd aber habe ich auch hergestellt und google gegeben ich glaube das war es wenn ich nichts geändert hat gern den ein expo ring oder was auch immer das war hergestellt aber anscheinend reicht meine sache noch nicht aus deswegen gehen wir jetzt hier ein machen der hals kann das 49 da könnte ein bisschen dauern da wird bestimmt so 23 parts da waren ich tue ja gerade noch auf screen kingdom hart zu spielen versuche mir ja so drei trophäen auf einmal zu holen und zwar nicht seine ausrüstung wechseln das spiel auf anfänger durch spielen und das spiel in unter 15 stunden durch spielen das die absolute hölle weil ich ziehe gar nichts ab und ja das macht das trainieren sehr sehr schwer und allgemein der letzte kampf ist so die hölle weil ich so gut wie nix abziehe dauert stunden bis ich irgendwie den letzten boss fertig mache dagegen ist das hier richtig entspannt so viel wie ich hier ab sie ich muss damit meinen stinklangweiligen schlüsselanhänger meinen königs anhänger herumlaufen also die erste schlüsselschwert hat warten und da merkt man echt hat die ausrüstung sehr wichtig ist auf einmal kriegt man zwar schon sachen gratis ausgerüstet nicht auch nicht ändern darf aber trotzdem und man kriegt viel schutz und kraftbolzen am anfang man könnte meinen am anfang ist man auf jeden fall richtig überpowered ich krieg fast gar keinen schaden ich habe gegen malefiz gekämpft habe fast nie irgendwie schaden bekommen gegen den drachen ist irgendwie nicht normal ja und der letzte poste macht mich fertig kämpfe einfach ewig dauern so ja es ist nicht schön deswegen sagt er sehr entspannt ja das könnte jetzt ein bisschen dauernd mit dem hast gehabt ich werde das nicht alles in einem part packen ich werde es so ein teilen zwei drei parts er wird geplant einen ganz dicken part zu machen aber da schon wieder kein part für morgen deswegen wenn ich jetzt in ein zwei stunden part mache wie auch immer lange dauert hier ein zwei stunden bestimmt dann werde ich dem morgen nicht raushauen können deswegen ja ich da schon so zwei drei parts mache wenn mich schon heute auf trab halten rafungi naja ich brauche ein paar tickpunkte am besten wäre wenn man euro hat okay weil dann fliegen die direkt weg wenn man die trifft und da muss man sich eigentlich nur unter die drauf stellen und ja einfach dafür sorgen hat euro gar nicht abläuft aber ich habe noch nicht euro gar deswegen muss das so machen blöde ist selbst wenn ich jetzt hier 100 treffer verdammt jetzt wenn ich 100 treffer bekommen würde was man braucht um irgendwie seltenen gegenstand von ihnen zu bekommen würde ich ja nichts bekommen weil wir sind in der arena da kriegt man keine sachen und juffi deswegen sagt ein bisschen schade du glaubt gar nicht wie wenn ich abzieht das auf anfängern ich sowieso blöd hat man anfänger extra noch mal durch spielen muss auch wenn man schon profi durchgespielt hat mit trophy zu bekommen das ist glaube ich ein king nummer zwei nicht mehr so bin mir aber nicht sicher so und beide sind kaputt die machen die datt wenn du gar nicht so oft getroffen steht da einfach nicht und gut wird den genji schild halten der ist glaube ich nicht schlecht ich glaube ich war zwar ein bisschen überlevel sein für den finalen kampf aber das ist echt nicht schlimm der finale braucht es jetzt nicht wirklich so ein kampf ich habe da schon am anfang an gesagt das spiel ist hier kein problem wenn man einfach ein höheres level hat es hat kein problem nichts was man nicht mit leveln irgendwie hier beben kann wenn ich mal gegen die viecher hier auf anfänger mit dem königsanhänger zu erledigen das ist verdammt schwer wird der einfach ab und du mal ist immer tot ich verstehe hat mich kann man nur so viel schaden immer bekommen die dunkel liga also gibt man ja noch stärkere magie belohnungs mäßig wow ich bin schon dafür so ein luxus werde ich mit meinen abschlusstreffer abziehen wie wenig ich mein abschlusstreffer auf anfänger mein jetzigen speedrun ob sie das ist nicht normal so es geht schon ein bisschen schnell ich glaube wir schaffen 20 plätze heute behemoth ja die machen echt spaß zu bekämpfen aber was ich herausgefunden habe das bringt es nicht so aber die bringt es irgendwie nicht so wenn ja meine normalen angriff so viel abziehen möglicherweise die magie auf anfang irgendwie mehr ich habe ja auch die monstrowelt übersprungen meinen anderen spielstand bedeutet kein sportfreund das hat alles nur noch ätzender macht und ich habe sehr viel mp verbraucht und der spree habe ich da auch nicht also ja alles ist irgendwie gegen mich in dem spielstand ich habe das gefühl wenn ich hier voll über port bin auf profi aber bin ich glaube ich nicht mal höher gelernt aber naja stehe ich mich nur möchte ausschließlich ändern wenn ich wahrscheinlich ein paar punkte zum unterschied machen und dort habe ich das bringt es auf jeden fall gegen das fisch verdammt ihr seid sehr viel schneller kaputt als ich dachte so viel ist eigentlich nicht mehr übrig von dem spiel ich bin ich gut was mich auf deinen hintern kommt stadt hoch schon schon wird nichts ich will es sich nicht abhalten der bleibt einfach oben und sagt ich kann mich nicht bewegen für mich nur ein kraft der kälte erhalten also hat sich zu ich kann weiterentwickelt geheil dann schaffen wir die nächsten zehn jetzt auch noch ich habe gerade eis klar bekommen aber ich habe es noch gemacht wie mit einem schlag weg waren so gezielt auf den drauf gehören binde ja so aktik sippler die eiszopfen ich habe ich die ganze zeit gesucht um ein paar material haben z Runner OS... und MP hoch geil also für kofi auf jeden fall ein paar gute sachen schon bekommen das ging schnell dort die ganze zeit wie kofis verteidigung und hp hoch pushen weiß ich ob das bringt wenn ich jetzt auch doof man könnte manchmal jetzt gegen die rüstung kämpfen aber nein übernehmen sich alle so als wären sie nur die einzelteile ein bisschen doof aber ich bin komme meister so gut ich nie immer treffen muss mein combo weiter zu machen und weg bis wo schön alles noch wie geplant richtig essen jetzt nur in den letzten also in ersten plätzen ich wollte schon sagen übrigens noch nicht die geilen waffen von einigen gegnern bekommen den schwarzmeier und den defenders von denen kann man noch zwei waffen bekommen ich auch noch kein glück allgemein irgendwie ein paar materialien von denen habe ich auch noch nicht bekommen schmiedenden kinder mal zwei daten spaß aber ich glaube nicht alles herstellen da ist einfach zu nervig sondern dass man die optionalen boss alle fertig machen willst aber weiß wie die gehen dann bringen die level auch nix umgekehrt wenn man genug level hat bringt einen da auch nix der will bringen da nicht so viel im zweiten teil was ein bisschen doof ist so und das ding kann man doch habe die kenne ich davon ist vielleicht erst mal die guter typen erlegen das ding wird dann ja komm her warum ist denn so ein bogen ok da kann ich nicht abwärmen macht das schon wieder und feuer die tech punkte die rohlich merkel das kaputt ist man glaube ich auch noch auf zeit machen wenn wir auch dabei habe ich ganz vergessen und da müssen wir auch noch einzeln und auf zeit machen war ich wahrscheinlich aufzugehen weil da möchte ich euch nicht mit langweilen jetzt scheine ich nämlich noch kein problem zu haben irgendwie langweilig da kommen ein bisschen mehr herausforderung schwarz maria und schatten rusche okulten konter verdammt was auch voll stylisch konnte hhahaha ich hasse diese fliege animation warum sag ich dann immer weiß es ist schlüsselanlänger sich genauso aus wie der kettin anlänger von so was hergeblieben ich habe einen netten stapel mit gerne zwinker zwinker vollheim ist am post glaube ich alle zehn parts plätze meine ich ja der war auch die hölle zu besiegen hölle versteht ihr versteht er jetzt die höllen balance weil wir ja schon mit so einem kack anfängt also ob einmal nicht schon genug mehr noch mal jetzt stelle ich mal vor ich bin mal so ein ganz klein hier so ganz klein weiter abziehen versucht das ist kacke dort noch so viel mp kannst du mal am leben bleiben uns helfen und weg mit tisch und über zwei minuten sein dinge Au, ey. Warte nochmal mit dem Profi wird voll zerstört. Jetzt geht er wieder runter und macht seinen Angriff. Ja. Ein beschützendes Frostmuster. Ja, zum Glück gibt es Trotzkopf und Dickschädel. Ohne diesen Skill wird niemand vielleicht das Spiel schaffen. So, zack, weg mit der Hofhof. Pui. Weh, du bleibst hier. Na, warte. So. Aber das reicht für diesen Part. Blitz, jawoll. Okay. Das Gute an diesem Cup ist, man muss nicht immer von vorne anfangen. Genau, das mache ich jetzt nämlich. Wir machen folgendes. Wir tun aufhören. Dann können wir am 29. Platz wieder anfangen. Nächste Mal. Hui. So, zu Blitz 29. Hey, wir haben ein paar Sachen. Zum Beispiel Goofy. Esprit, das hätte ich nämlich gerne. Aber was geben wir dafür weg? Das war schon als Privat. Okay, dann nehmen wir den Genji-Shield. Wir haben schon besseren. Der mächtigste steht, Kleiner, aber fiktiv. Wo habe ich denn nochmal her? Ja, wir haben Stärken gibt es doch gar nicht, oder? Eins, nehmen wir mal an, das gibt eins, dann gibt es Wort. Okay, ich habe glaube ich nichts bekommen, oder? Ich habe auch nicht. Hm. Ja, so kurz vor dem Lappler. Na gut, dann würde ich sagen, wir werden den Part hier gehen frischgesunden wieder in der nächsten Part weiter im HS Cup. Gut, ich bedanke mich dann alle herzlich für die Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.